Ich habe Zigarette im Mund. Pistoletta. Scheiße. Du bist das, ne? Ja. Oder bist du das? Ne, ich bin an der Wand. Doch, 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 ich bin hier an der Wand. Nice, wir sind zusammen gespawnt, edel. Ist das ein Bot, ne? Ja, ok. Ich hoffe. Wenn er schießt, knall ich ihn sofort ab. Obpatschki. 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 Ich will ihn abknallen, den Waster. Lass kurz nach den Exits gucken. Ich weiß nicht genau, wo Shack ist. Shack ist leicht zu finden. Na ja, gut, Shack. Aber Old Gas Station geht auch. Ey, lass zur Old Gas Station gehen. Vielleicht können wir einfach die Leute wegfickeln. Ich kann mir bei den Bots sterben an der Tankstelle. Die machen wir so was von down. Hier beim Panzer stehen zwei Kisten, glaube ich. Aha, Rubel. Und Munisieren. Ah, da unten. Da unten sind Kisten. Ok, Munition noch gefunden. Du rennst da, ne? Vor mir. Ja, ja, das bin ich. Im Bus ist was drin. Und Ludi, Ludi machen. Ah, ein Gitring. Gitring. Ich bin voll. Also, ich gucke nochmal kurz auf die Map. Äh, auf die Dinger. Shack, Beyond Fuel Tank, Crossroads und Old Gas Station. Ok, die sind echt überall verteilt. Hier und drüben. Das habe ich noch nie gehabt. Ja, wenn wir Glück haben, ist auf der Gas Station keine Bots. Dann können wir vielleicht durchsneaken. Sonst liegt wieder ein Headset oder irgendwas geiles. Wo bist denn du? Ah, da vorne. Ja, ich bin hier vorne. Ich renne Richtung zu dem Pickup. Ich komme über rechts. Ich laufe direkt an der Wand gleich. Und vielleicht können wir auch bei der Tankstelle gucken. Ob da was cooles ist. Da kann man vielleicht halb halb machen mit dem Cash, das wir da möglicherweise finden. Ja. Da liegt ein Spieler mit Backpack. Ja, heb den auf. Dann hast du auch ein Backpack. Ich denke, wie er einfach da liegt. Ausgeschreckte Arme, Beine, tot. Oh, und der hat eine Pump. Ah, nice. Direkt 20k. Brauchen wir für dich aber auch noch was fettes. Äh, bist du gerade an mir vorbeigelaufen? Ja, ja, ich bin vorne dran. Ich bin hinter dem Reisebus schon. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mal rein kann. Links? Von der Straße her links? Ich bin gerade beim Bus. Da vorne bist du. Ich habe die Pump jetzt. Hier lang. Achso, ja, da... Nee, nee, da war ich auch noch nie. Da ist hinten dran dieser andere Exit, den wir gerade nicht anlaufen können. Und zwar... Ähm, ich glaube, Old Trail Exit oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, die Häuser kann man komplett belaufen, die Dinger. Hm. Nehmen wir doch noch was aufständiges da. Weil wir natürlich superschnell gesagt haben. Und du... Ich habe Zigaretts gefunden. Äh, jawoll, jawoll, komm mal her. Hier sind noch 1900 Rubel für dich. Ich nehme mir 1600 raus. Die 1100. Ich habe mir vorhin schon vollen Stack genommen. Achso. Nehm ruhig. Okay. Nehm dann das nächste, was ich finde. Okay, okay. Ich schleiche hier rum. Ich habe voll Schiss, dass hier ein Spieler ist. Bist du im Haus? Hm. Boah, ich habe eine Tür aufgetreten, das war ich. Guck mal da. Titi Vanilli da. Titi Vanilli? Wo bist du? Bist du oben oder unten in dem Haus? Hier unten. Hier, wo es leuchtet. Ah, okay, ja, das bin ich. Zeig mal Titi... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, hier ist auch noch eine. What the fuck? Das ist... Ah, hier sind die Räume. 103. Hier ist der Raum. Ich drehe mal dran. Für den Schlüssel. Für den Schlüssel. Hier ist 105. Das geht aber so auf. Also 103 kann man scheinbar aufschließen. Hier ist so eine, so ein, ähm... So ein Aktenschrank. Durchsucht die oberen zwei. Nimmst du die unteren zwei? Na, durchsucht auch ruhig alles. Wir haben ja hier noch genug. Meiner fuchtelt da so laut drin rum. Ich glaube, da sind Messer oder sowas. Das heißt, Besteck drin. Er reißt einfach die Hand rein. Rührt da drin einmal rum. Das ist der verrückter Kerl. Ich frag mich, wo die, wo die anderen Spiele... Oh, oh. Schießt du? Nein. Okay. Bei uns am Haus, oder was? Nein, nein. Ein Stück weiter weg. Klang wie ne... Wie ne Pistole. Wie diese Popcornpistole. Hast du unten schon alles gecheckt? Die Bad... Oh, fuck hier. Ist alles voll mit Blut. Ne, ich bin direkt hoch. Ich drückst du noch kurz das Bad? Ja, hier ist ne Tasche. Ich hab ein Tättelchen gefunden. Ich guck mal rein. Mach mal Luggi-Luggi da. Komm schon. Ultraholzkiste. Please. Okay, war nur... War nur Essen drin bei mir. Äh, apropos. Schau mal nach deinen Exit-Points. Nicht, dass wir unterschiedliche haben. Hast du auch Beyond Fuel Tank? Weil das könnte unser Exit sein. Ja, Military und Beyond Fuel Tank und Crossroad und Ausgastation. Sehr gut. Dann gehen wir zum... Zum Fuel Tank. Oh, da geht's noch ein. So. Direkt mal los. Hier ist Raum 117. Oh, kann man öffnen. Einfach so. Alles klar. Jawohl. Hier ist nochmal so'n... So'n Aktenschrank. Fuck. Hier ist aber scheinbar nicht viel drin, ne? Fuck. Was denn? Hier schießt hier jemand gegen ne Scheibe? Bei dir? Ja. Ich hab so'n... So'n Splitter gehört. Vielleicht bist du irgendwo draufgetreten auf Glas. Wenn man das Haus hier groß checken muss. Kann ich auch wenig. Glaubst du, man kann so'n Ding kaputt schießen? So'n Schloss. Ich versuche mal kurz. Nein. Ich glaub, das Haus brauchen wir hier gar nicht durchsuchen. Die ersten sechs Räume sind wieder leer. Ja, scheiß auf die Häuser hier, oder? Das ist doch echt räudig. Was ist denn da los? Hm. Meinst du, die Kassen sind vielleicht noch gefüllt? Vielleicht. Ich hab ja echt... Ja, ich hab nur einmal was schießen gehört und wir haben nur einen gesehen. Oh. Hier ist ne Batterie. Ne Batterie gefunden. Die ist ja echt riesig. Ich geh direkt an die hinteren zwei Kassen. Du kannst die vorderen nehmen. Kannst du theoretisch mitnehmen, wenn du irgendein billiges Zeug hast, wo nicht so viel Wert ist? Ich hab's eingepackt. Ich hab noch Platz. Okay. Läuft. Komm schon. Rubel, Rubel, Rubel. Schade. Hier ist nichts mehr drin in den Kassen. Hier ist nur ein Mühl in dieser Sporttasche. Warte, hier sind noch Türen. Wow. Oh. Hier in der Tankstelle in diesem Nebenraum wäre irgendwo voll Luft oder irgendwas wertvolles. Wahrscheinlich wenn's da ist... Okay. Hier hinten ist noch ein Nebenraum. Hier ist noch einer. Ja, hier ist ein Safe. Hier steht ein fetter Safe rum. Ja, das hat er gesagt. Ich mach's mit einem Safe. Hier ist schon wieder so ein CPU irgendwas. Oh, der Safe ist schon gelootet. Hier war jemand. Hier war jemand. Hier wo wir fucking go. Das war ja peasy man. Das war bis jetzt das leichteste Spiel ever. Sonst hätte man so schnell geholt und jetzt war einfach fucking none. Gut. Ah ne, da unten hab ich noch einen Platz. Ja, nice. Cricut. Mach ich da ein Cricut rein? Feuerzeug. Das musst du da verkaufen. Ich hab drei. Eins von diesen Handtaschen glaub ich verkaufen. Diese Slacks. Mach irgendwas die Batterie jetzt wert ist. Pass mal auf. 13.000. Boah. Ja, deswegen. Die hatte ich mir gesagt. Mitnehmen.